ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge von the last of us part one wir sind ja in der letzten folge genau hier an dem damm stehen geblieben nachdem wir ja zeitmäßig einen sprung in den herbst gemacht haben dementsprechend ist das wetter auch henry und sein bruder kam ja auf ganz dramatische art und weise ums leben ihr habt gemerkt oder gesehen in der letzten folge und ja jetzt sind wir hier gelandet an dem damm und ja ich würde sagen machen einfach mal weiter wenn elli uns lässt so und immer was jetzt passiert wenn wir hier dran drehen ah ja passiert was sie seht ja das heißt wir müssen da irgendwie rüber kommen ja wir müssen da irgendwie auf die andere seite da sehe ich das falsch aber wie darüber springen schauen wir mal das ist eine gute idee war schauen wir erst mal ob es hier irgendwie weitergeht scheinbar nicht okay das heißt und da vielleicht in die hochklettern und mal unterirdisch ob da irgendwas machen ist oder nicht danach so wo sind wir jetzt ein paar wieder bei ihr hat irgendwie nichts gebracht musst du irgendwie rausfinden wie wir das machen aber wenn ich werde ja ich habe nie idee glaube ich vorausgesetzt das klappt was ich jetzt vor das klappt natürlich nicht löse die holzpalette vom gebäude unter wasser okay dann war ich ja gerade unter wasser gar nicht so verkehrt also das heißt hier wieder rauf da muss da unten irgendwo eine palette sein ok schauen wir mal besser nicht verkehrt oder ha 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 ja dann steigt doch drauf so vorhin jetzt jetzt muss ich nur wissen wo wo muss ich dich absetzen Eddy kannst du mir das sagen da macht es ja keinen sinn kann ja nur da benutze die holzpalette um Eddy zur anderen kurbel zu bringen tut sie ja gerade ja 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 wunderbar gefällt mir immer mehr ja ich weiß habe ich auch das nächste eichhörnchen muss man glauben noch ein stück weiter und dann besorgen wir was zu essen gut wenn ich verhunger ist das deine schuld ja ja da ja 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 ich habe vergessen den roboter auf sein grab zu stellen Was mache ich jetzt damit? Ellie. Was? Ich will wieder leben. Nein. Warum nicht? Wie oft müssen wir das alles noch durchkappeln? Dinge passieren. Das ist nun mal so. Aber... Es reicht jetzt. Schon gut. Tut mir leid. Da geht's nicht weiter. Ich wüsste, wo es hingeht. Die ganze Ecke weiter. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Gehen wir rein? Außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Eigentum der Regierung. Und so weiter. Wir gucken aber erstmal hier, was hier so zu finden ist. Durchführt der Material ohne Ende. Klar. Das andere ist anscheinend voll. Gehen wir hier durch. Gehen wir da noch in den Wachhäuschen. Gehen wir mal hier rein. Gucken, was uns hier erwartet. Gehen wir mal hier rein. Sein Bruder. Gehen wir mal Scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt. Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Wart's ab. Das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am. Danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Elli, richtig? Ja. Was führt dich her? Äh. Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Hunger? Und wie? Na, sehr schön. Familienzusammenführung. Perfekt. Falscher Alarm. Es sind Freunde. Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gar. Wir kriegen das wieder hin. Oh, Mann. Ich hab hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Wann hast du reiten gelernt? Winston. Ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wär klasse. So. Hey, danke, Tommy. Kein Ding. Okay, weiter mit der Führung. Oh? Ja? Was machst du hier? Solltest du nicht heute Morgen zurück? Ich warte auf Hause und die anderen, die mich ablösen. Ah. Wir kommen klar. Du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden. Ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. Maria. Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Steve bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich geh. Ich komme mit. Geh mit Maria und isst mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Das ist das sechste Mal, dass sie es mit diesen Turbinen versuchen. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Ah. Ich hab da was für dich. Ich war letztes Jahr in Texas. Zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das. Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Familienfoto von Joel und Sarah. Tja, das waren noch Zeiten, ne? Erinnert ihr euch noch an der ersten Folge? An die Einleitung? Da kam seine Tochter leider ja ins Leben. Ihr wisst bestimmt noch Bescheid. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sag dir, nimm es. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich... Ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Wir tun es. Was macht ihr zu eurem Schutz? Wir Erwachsene bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun. Das Kraftwerk wieder neu. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marleen. Na, Kleiner? Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Aber er ist wie ein Freund. Ja, ein braver Hund. Ruhm scharf freigeschaltet. Wer ist ein braver Junge? Könnt ihr euch selber jetzt beantworten. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Wir glauben, es klappt diesmal. Glaubst du uns nicht? Ich hab nichts gesagt. Ich wette um eine Million, es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Ich bin nach links. Vorsicht. Okay, das ist gut. Absenken. Langsam. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Sind wir fertig? Nur noch. Einen Moment. Okay, und das war's. Fertig? Mach's schon. Drück drauf. Was geht los? Oh ja. Wir schaffen es. Gut gemacht, Jungs. Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln. Na siehst du? Ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen zwei Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ah, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaube es. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung. Und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herr Gott, nochmal. Sollen Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung? Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger, kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja. Okay. Bist du aber auch für mich? Gehr drohen! Lass mich jetzt gew 구ib望! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ich nicht könnt ihr etwas sehen sind sie los schnell zur brücke sie kommen ins gebäude kommt ihr irgendwie raus nein keine chance wir kommen zu euch bleibt nur sie sind hier man die Oh, 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 oh. Wir haben alle erledigt. Wir müssen zu den Frauen. Ich bin schon da. Gleich da. Joel, jetzt mach's schon. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Sie sind tot. Tommy? Maria! Alles okay. Die Kleine ist hier. Das war verdammt knapp. Bist du okay? Ja, ja. Alles klar. Alles klar. Joel! Oh Mann! Sie kam aus allen Richtungen und Maria schrieb, wir müssen weg. Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt in das Schopf. Dann ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat das was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Ein Fehler, ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria. Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas, wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel. Was, was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt. Wolang? Komm mit. Oh, Ellie. Ich habe sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf denen einander aufzuräumen. Okay. Hey, seid vorsichtig. Da. Da sind Spuren. Ja. Na, komm. Na, los. Mann, Ellie. Warum haust du denn ab? Sie kann doch nicht weit sein. Wir finden sie. Keine Sorge. Dieser Dickkopf. Macht sie das Recht damit hier? Ich weiß nicht, was sie hat. Hier geht's nicht weiter. Hufspuren. Sie muss in dem Wald sein. Los, komm. Ey, was soll das denn bloß? Na, los. Ja. Gehen wir. Da. Spuren. Okay, gut. Na, komm. Okay, na, los. Komm. Ah, Quiroz. Gehen wir. Gehen wir. Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Da. Das ist verdammt viel zu viele. Ich gebe dir Deckung. Es wird viel zu dürfen. Ich gebe dir Deckung. UNTERTITELUNG Ich brauche ein Deckel. Ich gehe. Pass auf! Los, ich gebe ein Deckel. Okay. Was ist das, ihr Fixer denn? Ah, doch! Ich brauche ein Deckel. Ich stelle den der der Unruhung k�zeltet. Oh, konnte passen. Ist Das waren alle. Komm, zu den Pferden. Die Spur geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. Die Spur geht hier. Komm. Ja, bei der Ranch. Unser Pferd. Sie muss da drin sein. Sieht sicher aus. Vorsicht. Erli. 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 Ich halte Wache. Ihr solltet euch mal unterhalten. Ach, Erli. Wo bist du denn? Ja. Haben die sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Das tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß. Hör auf mit dem Scheiß. Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy. Weißt du, ich bin nicht sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ali! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was für Lust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle, außer dir verdammt. Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin. Denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt. Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt. Wir sind nicht allein. Zwei kommen gerade rein. Und es sind schon welche da. Lefta! Sei vorsichtig.